Herzlich Willkommen in Dirtle Rogue! Wir fahren hier richtig schön rein. Ich möchte wieder rausfahren. Warum ist da so eine Starthule? So, zweiter Tag, ich habe mir gedacht, hier machen wir ein bisschen Pause, war ja auch schon spät, aber ich gucke noch mal nach dem Stofftier, ist immer noch da, alles gut. So, wir sind jetzt auf der Insel. Ich schaue mich wieso. Rogue! Ich bin so entspannt. Kannst du noch die Lodge sehen? Es ist weg, oben auf der Helle. Los geht's, Joshua! Mein Name ist Josh. Nicht Joshua? Es ist da. Die Lodge, ich meine. Wir können nicht nach den Städten gehen. Ich brauche nicht. Es gibt eine Städte. Es gibt eine Städte. Es gibt nur die Städte. Es gibt nur die Städte. Nunja. Ich schaue mal hier nochmal aus dem Fenster. Mal gucken, ob da vielleicht noch was ist. Ne. Einfach nur. Was. Seile. Betäuen. Die haben wir natürlich mitgebracht haben, weil wir sind ja vorbereitet. Hierzu. Ich kann eine Skizze anfertigen. Und das da wahrscheinlich. Ja. Wunderschön. Aber erstmal genießen wir die Aussicht und hören eine Audiokassette. Gelerium. Archie's. Ich liebe es hier. Das ist der perfekte Platz für eine Bier. Oder eine Blödie Smoke. Of course, ich noch nicht mehr haben. Ich kann nicht mehr vergessen. Ich kann gar nicht mehr was sie schmecken. Gosh. A drink of any kind would be heaven right now. Okay, Art. Ich würde mich nicht mehr so machen, für nur eine Minute. Ich würde mich fühlen normal. Weil du niemals shut es. Danke. Danke. Ich würde mich zurück nach der Lodge. Und durch die Ledger wieder. Es hat sich da etwas in da. Das Tart Cordelia. Sie hat etwas in da. Das Tart Cordelia. Sie hat etwas. Oh, das ist eine gute Idee. Danke. Ach, gehen wir hin, oder? Ist es jemand, der magst Cordelia Krone? Oh, ich gehe jetzt hier einfach mal längs, ne? Oh, guck, man hört seine Statue. So bizarre kleine Kreaturen. Ich weiß nicht, ob ich charmer oder appult. Das stimmt, ich kann mich gar nicht erinnern. Oh. Noch mehr Statuen. Okay. Unerreichbar. Das Leben eines Servanten. Ich habe Nora und das Boot genommen. Das bedeutet nicht, dass ich ihr Servant war. Ist das hier, wo du lebst? Ein kleiner Röger? Es fühlt sich anerkannt. Aber es war nicht mein Haus. Oh, ich mache jetzt meine Skizze, ne? Von dem oder dem? Okay. Wir sind sogar ganz woanders. Ne, doch nicht. Über die Skizze. So. Und ich darf jetzt hier rum gehen. Wo mich die... Ah, ist das Heilt hier nicht sieht, sondern... Ich bin ja nur ein Bediensteter. Schöner Weg. Man kann hier auch nicht runterfallen. Ich höre nur einen Regen... ... oder Wasserfall. Und er ist das, was du sagen. Das ist schön. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe vergessen, dass du jeder Röger gesehen hast. Was kann ich sagen? Die Röger sollten mich auf mich überrascht haben. Das ist echt, ich sage. Besonders das Wasser da. Ich kei nicht. Das ist ein wenig. Nicht äh, ich habe dich. Bitte. Wo würdet ihr da? Ah, fast. So, können wir hier hoch? Natürlich können wir hier nicht hoch. Wir können uns diese Statue hier angucken. Das war's. Und jetzt durch diese wunderbare... Ist das Beatrice da? Was macht sie hier? Lass uns mit ihr sprechen. Ich muss sagen, dass sie mich auch ein bisschen schützt. Es ist wie, dass sie nichts fühlt. Sie immer glüht über uns, wie das. Sie ist einfach hoch. Manchmal muss man sich nicht mehr. Ach, guck mal, ich kann jetzt auch nicht wieder hoch. Naja, da bin ich mich dran schon. Hallo. Hallo. Oh, hallo, Riley. That is your name, if I remember correctly. Yes, that's my name. Did you get rid of that ghost of yours yet? Nee. Noch nicht. Nee, ich arbeite dran. Wir arbeiten an it. So very hard. Shh, not now. Wow, talking to Beatrice. I see, you found your way to Little Rogue. Yes. I really want to find the lodge. That's very clever. You will find answers there. Ja, das hoffe ich doch mal, ne? Da will ich dir was Persönliches fragen. Can I ask you something personal? By all means. Äh, warum traust du deinem Geist nicht? Wartest du jemanden? Are you expecting anyone? Don't be ridiculous, girl. You keep trying to see beyond the horizon. Why are you still here? I used to come to this beach a lot. With my father, I think. Then he went up to the boat house to talk to Archie. For hours. If they had enough whiskey to accompany them. Why are you still on the rogue islands, Beatrice? I don't want to leave. I have lost so many. I still miss the ones I love most. And the ones that hurt me the worst. I cannot leave. Okay. Where's your last one? You're the last one, Beatrice. I know that. They've all been gone for so long. I forgot their names. And yet, you do not want to go. I do not. You never know. They might come back. You may leave me now. I will find you again. Oh. Hello. And she's gone. Why does she keep doing that? Well, she's gone. Well, it's probably not. Gut. Let's go on here. Hoffen, that we don't forget anything. I came not to this lodge. Uh, Tänzer. I've just wondered if I could have forgotten something. But... But... Josh, look at those Wallpaintings. Selkies. I remember that story. I told her to Margo. Margo? Tell me about her. She was just a girl who hung about on the islands. She felt lost to me. That's all it's? I've just lost nothing with the key. So, no? Ah. Audio-Kassette. Hey, diary. Today is not a good day. It's a sad day. There's so much death here. There's so many tears. I can feel them all. Josh told me about this cave. A legend. About selkies coming on shore and hiding their skins here. Then they dance on the beach over there. I've done that. I love dancing, especially on the beach. Or at the fun tree. How I wish I could put on my seal skin and glide into the ocean. Sink beneath the waves and let the cold salt water wash away his voice. And that sadness. Such sadness. I can't breathe. I can't breathe. Josh, please. Just let me go. Just let me go. Okay. I don't know what to do. And I don't say anything. Okay, I hope I come back to the door, so I can get the key to what I can do with my seal. And that I don't just like... It's like... It's like... It's like... It's like... It's like... I'm prepared, right? Frau Krein? Ja. Ich bin froh, dass du bist. Das ist sehr schön für dich zu sagen. Und ich bin froh, auch. Warum werde ich gestraft? So, äh... Noch Fetzen nicht sammeln? So, wo hat mich diese Erinnerung jetzt überfallen? Achso. Ich wollte ja eigentlich auch direkt da hin. Aber gut. Jetzt muss ich hier lang. Und die Story wird immer irgendwie weiter. Aber auch irgendwie... Noch ergibt es keinen Sinn in meinem Kopf. Ist Josh jetzt gut oder nicht? Ist... Hier irgendwie... Was Großartiges passiert? Was ist mit der einen Dame, die da da entspricht, am Kassetten? Warum liegen die Teilnehmer? Ich bin nicht sicher, was unser nächster Weg sein könnte. Wir gehen für das große Haus, oder? Ja. Aber... Was ist das Problem mit Archie? Archie hat ein Problem? Hast du nichts gehört, Beatrice hat gesagt? Er lebte vor dem Boathaus. Das ist richtig. Und er trank Whisky mit ihrem Vater auf dem kleinen Patio. Und denkst du nicht, es ist wunderschön, dass sie hier noch umgekehrt? So bin ich. Ja. Und wir versuchen das zu lösen. Willst du herausfinden, warum sie liegt? Ich glaube. Du kannst uns nicht alle schützen. Vielleicht versuche ich nur, mich selbst zu lösen. Ich schau. Ich dachte, hier ist vielleicht eine Lücke in zwischen den Felsen, wo ich dann Rötter sehe, die ich von innen gesehen habe. Aber... Hier jeden Morgen längst gehen, um zur Arbeit zu gehen, ist auch... Okay. Hübsch, aber... Bisschen anstrengend, würde ich sagen. Und erzähle mir einen. Dann nicht. Oh, Fahne. Hier ist nur ein schöner Ausblick, ja. Keine Skizze zu zeichnen, ist keine... Okay, der Baum irritiert mich jetzt gerade doch ein bisschen. Aber sonst hier nichts. Keine Erzählung, kein... Ding. Einfach nur weiter. Da ist die eine Tür noch, aber da kommen wir eh wieder hin. Aber wir im Kreis gehen auf dieser Insel. Und ich gucke mir jetzt diesen Parlor an. Nennt man das so? Keine Ahnung. Veranda... Ausblick. Ich komme nicht auf das Wort dafür. So, du bist hier also hochgeklettert, ja? Wissen wir das auch, oder können wir... Ich könnte hochklettern. Erstmal gucken, ob hier wirklich keiner mehr wohnt. Wir haben noch eine Tür. Hochklettern. Oh, eine Skizze. Oh, nice. Guten Teich. Ich bin der großen Figur da drin. Hier könnte ich wahrscheinlich runtergehen, aber... Hier ist sinnvoller, glaube ich. Okay, rein oder raufklettern? Rein. Rein. Klettern. Ach. Da scheint ihr jetzt seht, dass da rein geklettert ist. Den klettert euch auch hoch. Und ich muss auch noch die... Nach vorne drücken. Hmm. Oh, I don't have sea monsters in there. Our girl's braving the deep, dark waters. You don't know it's a girl? I do, too. Fierce as a tiger, Captain Pixie will sail the seven seas. Swoosh! She'll brave storms. Slay sea monsters. Oh, you idiot. Oh, no. Mother, quick, the window. I'll be back tomorrow. I'm our father. How? It can't be true. I'm the bastard that abandoned them. It's not true. It can't be. And I'm going to prove it. And I'm going to prove it. And I'm going to prove it. I have a book. That was Norris. She loved every little thing about the ropes. She'd be out on the beach looking for unusual shells. Or rocks in bright colors. Muscheln in the sea. Muscheln in the sea. Das Muscheln in the sea of the northern countries. Mit Abbildungen und Beschreibungsidentifizierung von mehr als 500 Muscheln. Her journal. Let's see what she wrote about you. Wollen wir das lesen? Ja. 15. Oktober 1820. Der Herbst ist endlich wieder da. Das ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Ich könnte stundenlang in diesem erdigen, süßen Wind tanzen und die braunen und roten Blätter um mich herum wirbeln lassen. Mutter will das natürlich nicht. Aber das Leben auf dieser Insel ist wie ein Traum. Es gibt so viele wundervale Dinge zu entdecken. Die unzählige Schätze am Strand, der Anblick der bunten Schiffe, die Anliegen, die Sonne, die in den frühen Morgenstunden unter den Wellen hervorlugt. Dinge, die ich nur aus meinen Märchenbüchern kannte. Dieser Ort ist so anders als das Festland. Hier kann ich mich wirklich zu Hause fühlen. Apropos zu Hause. Unser Haus am Strand ist fast fertig. Josh hat wirklich hart und lange daran gearbeitet. Schon bald wird er nicht mehr durch mein Schlafzimmerkönster klettern müssen. Das wird eine Erlösung sein. Ich weiß nicht, wie lange wir Mutter noch etwas vormachen können. Sie lässt sich selten etwas vormachen, also muss sie es wissen. Ich bin erstaunt, dass sie ihn nicht wieder aus genau diesem Fenster gestoßen hat. Ich bin sicher, das würde sie gerne tun. Noch ein paar Wochen, dann können wir uns aufbrechen und den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen. Und dann können wir uns aufbrechen.